Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Alinsky. Hallo! Alter, wuhu! Wir spielen heute den Dropper, aber kein Dropper, also wir fallen nicht nach unten, sondern wir müssen nach oben springen. Ja, Etage für Etage, Leute, auf jeder Etage gibt's Lucky Blöcke und hier sind... Also, den kennen wir schon, das ist der Supernova-Block, aber die anderen sind alle neu, hier haben wir den Star Wars-Block. Dann, ich glaube, das ist der... Puh! Ähm, ja, ja, genau der, ne? Und das ist der... Puh! Ja, mit dem da bin ich noch nicht so sicher. Ist das nicht der Mars? Nein, Elida, das ist verrückt, das ist doch nicht der Mars, das ist ein Neuer. Dazu gehen wir an unsere Kisten, schnappen uns unser Equipment. Ich bin Team Rot, da steht ja auch ein B, Leute, ne? Dann da... Alter, Elida! Was war das denn? Jetzt musst du eine Minute warten, das war nämlich ein Frühstart. Eine Minute, hallo? Nö, hallo. Nö. Atommaterial, Schokoladen-Nuke. Alter, ich hab aus dem Star Wars nichts rausbekommen. Oh Gott, ey! Ich hab aus dem Star Wars nichts rausbekommen. Auch nicht. War bedauerlich an der Stelle, ey. Ich hoffe, der funktioniert. So, wir müssen jetzt hier jumpen. Schaffen wir das? Easy. Wieder nichts rausbekommen, was ist denn das für ein Star Wars-Block? Wieder Schokolade? Ich glaube, Elida, jetzt ist was kaputt, ey. Ich häng fest. Oh, Alter. Illuminati-Brustplatte. Du hast den einen Block nicht geöffnet, Elida. Du musst zurück. Hä? Ich seh hier gar keinen Block. Oh! Sliding auf einem Huhn. Bei mir ist hier gar kein Block. Bei der ersten... Der nächste Block ist ein Star Wars-Block. Der gab überraschend, da weiß ich wieder nichts raus. Hey, Mann, die zwei Blöcke sind kaputt, Elida. Aus dem Star Wars kommt nie was raus, dass jemand da kommt immer eine Schokoladen-Nuke raus. Hey, Backe, Alter. Was kam hier jetzt raus? Oh, ein Speed-Bonus. Let's go. Alter, wie du rumspeedest. Alter, ich hab ein Jetpack. Ich sollte vielleicht mal sicherheitshalber... Die Illuminati-Brustplatte. Alter, mit Musik. Jetzt sehen sie wieder aus. Was hat die? Die Verzaubung Illuminati 33. Übelkeit 2. Schutz. Okay, Star Wars. Jetzt ist was rausgekommen, Elida. Orangener Kristall, Alter. Hallo. Hör darauf, die Nukes zu schmeißen. Machen die überhaupt was? Elida, hör darauf! Ja! Mann, meine Sprungkraft ist weg. Ey, warte, ein bisschen kurz aufladen. Elida hat ein Motorboot, Alter. Ich brauch eben, bis ich da hier oben bin. Zack, zack, zack. Okay. Oh, es kam da auch was raus. New Assetige Boots. Eile? Elida. Hörst du Angst? Ah! Getroffen, Alter! Oh, ich hab dein Jetpack kaputt gemacht. Tut mir leid. Aber das geschieht dir recht, ey, weil du Stress gemacht hast. Jetzt bin ich oben. Hä, warum bist du oben? Das ist ein Cheat. Puh! Mann, da kam ja wirklich... Also, da kam wirklich nur Müll raus. Also, mehr Müll geht ja fast. Oh, ach so, ich kann ja springen. Mal ganz vergessen. Okay, zack, hier geht's weiter, Leute. Der nächste Block. Was denn das, ey? Oh, Hund! Ach so. Hä? Lapisblock, nee. Lapisblock brauchen wir nicht. Ne, 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 ne. Oh! Das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Ender Party. Das war keine nice Party auf jeden Fall. Und jetzt aber vorbei an den. Jawohl. Ich frage mich halt, was dieses... Oh, der orangene Kristall macht. Weil der gibt mir keine Effekte. Alter, nur zwei Rüstungspunkte gegen die Neocertical Boots. Trivago Boots. Ich hab ein Laserschwert. Alter, die sehen nice aus. Laserschwert? Zeig mal. Alter, das ist sogar... Wie viel Damage? 300.000. Alter, die hatte ich, glaube ich, noch... 300.000? Ah, die hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe die Ultimate Supernova-Bazooka. Und die hat so geile Blitze. Das sieht übel nice aus, Alter. Das ist cool. Das feier ich. Mann, ey, das ist voll schwer zu treffen. Ich treffe dich jetzt. Nein! Ich habe einen Stick bekommen. Was ist einem Stick Star-Wars-mäßig? Ich verstehe es nicht. Weiter. Alter, der ist nice, oder? Stufe 9 Nuklear-Donut. Ich habe überlebt. Du, ganz wie mal, ey. Weiter geht's. Zack, Kuchen. Also, es ist zwar lecker, ne? Kuchen würde ich jetzt auch nehmen, aber brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? Darth Vader-Schuhe. Die sind mega schwach. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hä, aber ich kriege von irgendwas hier Resistenz, Alter. Von was? Von den Darth Vader? Von den Trivago? Von den Kristall? Ne. Irgendwas gibt mir hier Resistenz, Leute. Ich habe noch nicht ganz verstanden was. OP-Boots. Sag mal, gibt es hier nur Schuhe in dem Lucky Block oder was? Ich brauche mal Jetpack. Jawohl. Nice. Ich brauche jetzt hier mal ein Schwert. Potion. Was kann die? Ja, ist positiv. Obwohl sie negativ aussieht. Wahrscheinlich genauso, oder? Ne, das ist eine Sif-Potion. Ist negativ. Sieht auch negativ aus. New Asertical Brustplotty. Na, nice. Wir brauchen... Oh, was ist das? Erdbeer-Donut Stufe 2. Aber wir brauchen doch unbedingt jetzt hier mal ein Schwert, Leute. Sonst sieht es ja mau aus. Star Wars? Ertäuscht mich nicht? Absolut enttäuschend. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Ach nee, wir können jetzt aber eh, glaube ich, haben ja Atommaterial und hatten wir schon ein anderes Material. Illusion Material. Da können wir, glaube ich, sowieso ein Schwert draus machen. Also alles halb so wild. Wir haben ein Schwert. 5 Damage, Leute. Oh, der Sprung ist schwer. Ich habe eine Waffe. Rot ist nicht schwer. 5 Millionen Damage. 5 Millionen, ja klar. Nee, okay, 151. Ich habe nicht viel besser. Hä, du hast doch was von 100.000 gequatscht. Ja, das war natürlich gelogen. Ach so, du Schnavide. Und im Ziel abbrechen. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. So, jetzt kriege ich ein Item von dir, Lina. Stopp, stopp, stopp. Ich nehme... Na, sortiere erstmal deine Mentor, ne? Kannst du machen. Und ich suche mir dann eins aus. Lol, lol, lol. Ich entscheide mich für... Ja. Stellt euch jetzt hier wer mit mir in der Musik vor? Die kann ich leider nicht einspielen, sie hat meinen Kanal direkt gelöscht. Ähm... Alter, wie seh krass, seh ich denn aus? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Team Rot, Leute. Passt ja, volle Kahüte. Okay, ich suche mir aus. Erste Zeile. Erste Zeile. Erste Zeile. Erste Item. Erste Zeile, erste Zeile. Let's go. Meinst du die Hotbar? Nein. Das ist alles das Gleiche. Guck mal, es ist bei zwei Wochen. Okay, ich entscheide mich um. Ich nehme... Nein. Als ob das Erde ist. Ja, gut, ein Geschenk muss man annehmen, ne? Uah. Okay, wir rüsten uns aus, Leute. Machen wir uns kurz eine Werkbank. Wir sollten ja eigentlich in der Lage sein, die ein oder andere feine Kleinigkeit zu craften. Dann haben wir Materiales. So, das... Wir rüsten... Äh, wir missten erstmal aus. Äh, Hange, weg, weg. So, ausgemistet. Ilina, du zündest dir alles an. Echt? Jo. Wir sollten vielleicht nach dem Schwert gucken. Das ist am wichtigsten, ne? Okay, wir checken Schwert. Schade. Wir checken Schwert. Schade. Okay, das wird dann wohl nur ein 50er Damage. Aber gut, wenn Ilina nichts Besseres hat, ist das ja nicht so schlimm. Was fehlt denn uns? Uns fehlt ein Helm, ne? Ist das richtig? Wir machen zwei Helme. Zwei Illusion Helme, you don't know. Ach, wir haben doch einen Helm. Eine Brustplatte haben wir nur eine. Dann haben wir eine Brustplatte. Die haben aber zwei übrig. Egal. Weil die sieht nice aus, alter. Atom-Chestplay. Okay, wir behalten aber erstmal das, was wir anhaben. Ziehen passend dazu an. Das dazu. Hier Darth Vaderhose. Passt auch noch rein. Das Schwert ist das hier. Dann haben wir die Bazooka. Äh, dann haben wir das hier. Wir sind ganz in klar der Radatsch. Und wir haben auch ein bisschen was zu essen. Okay. Ich bin fertig. Ich auch. Wir befinden uns jetzt in der Battle-Phase. Das heißt, ja, wir haben beide drei Leben. Idina, stell mal kurz deine Sachen vor, weil du bist hier ja... Ist das eine Eisenbrustplatte, sag mal? Ja, also rüstungsmäßig bin ich echt kacke ausgerüstet. Ja, ich merke schon. Aber die Donuts habe ich hier auch. Ja, ich habe eine Eisenbrustplatte und Leggets. Und dann habe ich noch Magic Boots. Aha. Die sind ganz krass. Und Illusion Helm. Aha. Und dann habe ich natürlich mein mega geiles rotes Schokolade. Oh, das war... Schaden, wenn ich jetzt lande? Ja, du musst ganz schnell landen. Ha! Smooth, ey. Das war ein nicer Safe. Idinas... Hallo. Mann, ich will dich nicht runterschlagen. Ich will dich fair besiegen. Ich will dich auch fair besiegen. Du wirst mich nie besiegen, Idina. Ich habe eine Nuklear-Donut gemacht. Und deine Eisenrüstung ist weg. Ich sehe nichts mehr. Alles ist am Brennir. Nein. Sag mal, du kriegst nur keinen Schaden. Kannst du mir das mal beantworten? Weil ich auch einen Donut gegessen habe. Mann, nein. Auch den krassen? Ja, einer von den krassen. Stufe 3. Wir haben noch den Kirsch-Donut und den Erdbeer-Donut. Aber ich glaube, Illina, die schaffen auch so. Ich glaube, die hat nichts drauf hier außer Zahnbelag. Du hast nicht mal Rüstung an Illina. Ist das so geplant? Ja. Okay, na gut. Das ist meine Geheimwaffe. Okay, ich habe hier noch... Ich lebe noch, ich lebe noch. So will ich auch gar nicht gegen dich gehen. Alter. Okay, warte, ich komme runter. Illina, Jetpack ausgerüstet. Ja, mit einem Jetpack. Komm runter ins Ziel, Illina. Ins Ziel, okay. Guck mal, wie smooth ich hingeheizt. Ob ich das studiert hätte. So, Jetpack aus. Da, wieder runter. Nein, 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 nein. Jetzt. Warte, welche waren jetzt hier positiv? Die war... Och, Mann, Illina, du bist so nervig. Nein, rette dich. Alter, das war so knapp vor dem Beute, Illina. Was? Das hättest du mal sehen müssen. Das war um Haaresbreite, sage ich dir. Und jetzt mal flex ich dich weg, ey. Das kannst du aber wissen. Jetzt kriegst du die Sith-Potion. Und ich gebe mir hier die... Ach nee, ich habe sie falsch... Och doch, gut. Ich habe sie falsch rummacht. Nein! Ganz klarer 3 zu 0. Sieg war das heute für Team Rot. GG. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr mehr Lucky-Blog-Episoden wieder sehen möchtet. Wir hatten ja wie letztendlich auch ein paar neue Lucky-Blöcke dabei. Das war ziemlich cool. Auch wenn die Illina hier die Hälfte übersprungen hat. Das ist eigentlich völlig illegal, das Illina. Aber gut. Abonniert direkt auf meinen Kanal kostenlos, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschö! Ciao!